Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Explorer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, was euch erwartet. Oh Gott, sind die viele. Alter, das Wasser fließt doch immer weiter und weiter. Oh, hier ist schon wieder so ein Raum. Mann. What the fuck? Was warst du? Alter, du bist zu schnell für mich. Du bist zu schnell für mich. Oh lol. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh Leute. Leute, wir haben die 200 Abonnenten erreicht. Danke Leute, wirklich danke für eure ganzen Support und dass ihr immer meine Videos schaut. Und auch die ganzen lieben kommentare, wirklich. Ey, ich kriege in letzter Zeit echt viel positives Feedback zu meinen Videos und das macht mich so glücklich. Und deswegen habe ich natürlich mega Motivation für diese Aufnahme. Und wir haben auch wieder mal wieder was einiges vorbereitet. Ich habe mir ganz viele Fucken gemacht. Unter anderem auch noch ungefähr 8,6. Die habe ich jetzt noch hier. Ein Anvil und ganz vieles Marken, um meine Rüste zu parieren. Weil Leute, wir machen heute einen Dungeon. Und zwar so richtig, bis wir ihn durch haben. Bis wir zur letzten Ebene, in der Neta-Ebene ankommen, wo auch die stärksten Viecher sind. Aber dafür auch das geilste Loot. Und da habe ich noch einiges zu essen. Ich muss noch die Öffel reinpacken, weil ich musste noch ein paar Emeralds ertraden. Gut. Was wir jetzt aber auch für die Folge vorbereitet haben, ist, dass wir uns erstmal das Blaze-Pad machen. Bei Ruffy the King hat er in den Kommentaren geschrieben, dass er mir das mal machen sollte. Und ich habe mir die Effekte angeschaut. Und ich finde, dass es eigentlich ein verdammt gutes Haustier ist. Denn es gibt einmal Feuerimmunität, einen Stärke-Bonus. Und noch dazu mache ich Feuerschaden bei meinen Attacken. Und es braucht Neta-Quarz. Und das gebe ich es einfach mal. Und dann kann ich es ja einfach hier reintun. Und jetzt sollte ich auch Feuerschaden machen bei einer Attacke. Ich muss mir... Ich werde es einmal austesten, ob ich dann wirklich so wirklich Feuerschaden mache mit der Waffe. Obwohl, Leute, was ich auch nochmal außerhalb der Folge gemacht habe. Ich habe ganz viele Kühe gezüchtet. Also habe ich mir ganz viele Kühe hier gezüchtet. Und ich denke mal, eine Kuh kann ich das austesten, ob ich dann wirklich so Feuerschaden mache. Und das mache ich. Und ich kriege direkt gebratene Steak. Wie geil. Aber es gibt es voll wenig. Es gibt nur eine Hungerkühe. Ja, okay, da kann ich das wegschmeißen. Gut, das wäre auf jeden Fall die erste Sache, die wir machen wollten. Das ist auf jeden Fall gar keine schlechte Sache. Denn ich habe auch... Nebenbei, ihr seht auch meine Level. Ich hatte 70 Level. Wo sind die hin? Ja, lasst mich euch mal kurz was zeigen in einer Kiste. Denn in dieser Kiste hier habe ich einige verzauberte Bücher. Denn ich habe einfach mal mir gedacht, so okay, verzaubern wir mal ein paar Bücher. Und da habe ich mir jetzt ein paar Sachen rausgesucht. Unter anderem auch, habe ich auch meine Schuhe hier mit Unbreaking 3 gemacht. Dass die halt besser halten, weil ich finde den Last Stand X-Effekt verdammt stark. Also Last Stand 10 macht halt... Hat mich so oft, dass ich den Arsch gerettet. Ich wurde ja letzte Folge von Zombie-Pigman weggeklatscht, gewonshottet. Und das Viech hat mich einfach gerettet. So, und das nächste, was wir machen wollten. Denn ich habe auch noch nebenbei was im Eribus gemacht. Ich habe lediglich einfach nur den Spinn-Spawner, den man ja beim Portal sieht, habe ich einfach mal so klein zugebaut, dass die Spinnen halt in einer Ecke sind. Da habe ich einfach mal ein bisschen XP gefahren. Und die ganze Zeit die Viecher abgeschlachtet. Und da habe ich einige Heart Crystal Shards bekommen. Und die craften wir mal zusammen für ein extra Herz. Dann sind wir auf jeden Fall tankiger. Und vorbereitet für den Dungeon. So, und jetzt will ich aber auch noch natürlich das eine Buch. Ich habe Sharpness 4. Und wir schauen mal, dass wir unseren Amboss hier rausholen. Und den mal hier platzieren. So, den nehme ich auch gleich wieder mit. Und dann machen wir eben Sharpness 4 auf unser Emerald-Schwert drauf. Es macht gerade 8,5 Schaden mit Sharpness 4. Sharpness 4 macht 12 Schaden. Das ist eine Verbesserung. Und ihr wisst ja, mein Blaze-Pad macht mir ja Feuer-Schaden und gibt mir Stärke... Oh, ich sehe gerade, wenn es nicht im Elemental ist, macht es nicht den Effekt. Das heißt, die funktionieren nur in der Hotbar. Gut zu wissen, gut zu wissen. Denn ich habe mir noch ein weiteres Buch ausgesucht. Und zwar, das hier habe ich bekommen. Das hat drei verschichtliche Verzauberungen. Multi-Jump. Was auch nicht schlecht ist, weil ich dann dreimal springen kann. Und Speed-Bonus, wenn ich das auf irgendeinen Ring mache. Aber ich gehe auf Ifrids Blessing. Denn ich mache jetzt Feuerschaden. Und was Ifrids Blessing macht... Wenn ich einen Gegner, der verbrennt gerade, angreife, mache ich zusätzlichen Schaden. Und der Schaden ist um einiges zu hören, wenn ich selber brenne. Da ich aber nicht brennen kann... Also, ich kann brennen. Würde ich dann halt, wenn ich brenne, super viel Schaden machen. Und das machen wir jetzt erstmal drauf. Oh, die XP. Oh, ich habe keine XP mehr dafür. Oh, gut. Dann müssen wir das ein andermal machen. Weil ich hatte hier noch eine Verzauberung. Wenn ich das auf einen Rüstungsteil mache, kriege ich ein extra Herz pro Level. Das würde jetzt einen extra Herz geben. Und einmal noch Iris Grace. Das ist den Schaden erhöht gegen geschützte Gegner. Keine Ahnung, was das heißt. Jedenfalls noch eine Sache, die ich machen wollte. Denn ich habe eine Möglichkeit gefunden. Hier, ihr kennt ja den Monsieur-Arc-Guture-Mod. Und da gibt es halt für jedes Tier jeweils ganz viele verschiedene Seeds. Also ganz viele hier. Super viele von der Monsieur-Arc-Guture-Mod. Und da gibt es ein Seed, den ich mir jetzt eben crafte. Denn ihr kennt ja sicherlich den Dendroiden. Dass er viele verschiedene Pflanzen, unter anderem auch Äpfel, gegen Emeralds eintauscht. Und nicht wenig. Also verdammt viele. Deswegen gibt es diesen Nature-Seed hier. Den er crafte ich mir jetzt eben schnell. Oh, da haben wir auch direkt die Quest hier fertig. Drei XP. Oh, warte mal. Kann ich die XP jetzt nutzen, vielleicht um auf meinen Schuhen ein Extraherz drauf zu machen? Wird das gehen? Oh, das geht nur auf die Brustplatte. Na gut, dann machen wir das auf die Brustplatte. Da ist ja nur Protection 4 drauf. Und Tombstone, 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 sollte passen. Ja, jetzt haben wir Vigor. Jetzt müssen wir es anziehen. Jetzt kriegen wir ein weiteres Extraherz. Zwei Extraherzen diese Folge schon. Leute, es wird richtig geil. Feuerschaden in Kombination mit Ifritz Bessie macht es noch extra Schaden und Sharpness 4. Jetzt sollten wir super viel Schaden machen. Und dann auch mit dem Ring dann auch nochmal Stärke 2. Die Viecher können uns gar nichts. Super. So, jetzt erstmal den Nature-Seed hier pflanzen. Ich habe auch nebenbei hier ein bisschen Weizen gefarmt und Pumpkins. Weil für den Nature-Seed muss man diese Nature-Cluster machen. Und die brauchen unter anderem Kürbisse, Kaktusse, Weizen und Zuckerrohr. Und da habe ich mir dann einfach die Kürbisse hier angepflanzt. So, gut, diesen Nature-Seed. Den platzieren wir einfach mal direkt hier. Und ich kann euch kurz zeigen, eben schnell. Und dann gehen wir sofort zum Dungeon, Leute. Ich schwöre bei Gott. Dann gehen wir sofort zum Dungeon. Diese Nature-Essence. Und da kann man halt aus dieser Nature-Essence alles Mögliche machen. Gras, Mycelium, Ranken, Kaktusse, Zuckerrohr, Pumpkins, Melonen, Wheat, Potatoes. Aber auch Äpfel, die wir brauchen. Und noch dazu Pilze, die wir brauchen. Und Beetroots, die wir brauchen. Alles kann man bei diesen Druiden tauschen. Und da denke ich mal, kann ich mir extremst viel davon herstellen. Also Ertraden an den Emeralds. Und da werde ich jetzt ganz viele Nature-Seeds machen. Und das wird der erste Seed sein, den wir hier in Miscuit-Tucke machen. Wir werden natürlich bald auf bessere Seeds gehen. Gold-Seeds, Diamant-Seeds, Racer-Seeds oder Emerald-Seeds. Da kann ich auch direkt einfach das ganze Traden ersparen. Also können wir uns später einige Produktionssachen machen. Super. Dann wäre das jetzt auch abgeklärt. Nun, das wäre es dann eigentlich auch, was ich noch machen wollte. Den Aros Grace kann ich dann später auf mein Schwert machen irgendwann mal. Wir haben alles vorbereitet. Wir haben genug Smaragde. Und können jetzt eigentlich uns direkt in den Dungeon begeben. So, jetzt sind wir auch im Dungeon angekommen. Jetzt haben wir drei neue Kompare. Also insgesamt drei Haustiere, die uns begleiten. Oh, Stärke-Effekt. Den machen wir auch gleich drauf. Sharpness 4. If it's blessing. Um den Feuerschaden erstmal zu boosten. Und wir gehen jetzt einfach mal los. Und erkunden diesen Dungeon. Wir sind einfach vorbereitet. Die haben keine Chance. Schauen wir mal, was in der Kiste hier ist. Ah, hier ist glaube ich nichts. Ne, ist nichts Wichtiges. TNT. Uh. Okay, hier war ja die Sackgasse. Genau, da ging es ja wieder zurück zur Treppe. Gehen wir mal hier weiter. Was hier so ist. Stimmt. Der Raum war hier noch voll. Oh mein Gott. Okay. Der Schaden ist hoch. Also nach dem zweiten Schlag sind sie auf jeden Fall tot. Weil verbrennte Ziele kriegen ja etwas extra Schaden. Uhuhu. Let's go. Wir machen auf jeden Fall einen richtig guten Schaden. Und jetzt sollten wir auch nicht mehr so viel Schaden bekommen. Also was heißt jetzt so viel Schaden bekommen? Aber jetzt haben wir auf jeden Fall die Smaragde und die Ambosse. Oh mein Gott. Lass mich hier den Dingens abbauen. Uhuhu. Verdammte Scheiße. Ist das geil. Komm. Geh weg. Nice. Oh. Oh, ein verzauertes Skelett. Was du dich unsichtbar machen kannst. Ja, cool. Dass du dich unsichtbar machen kannst. Schön. Wenn du eine Rüstung anhast. Vollidiot. So. Den Spinspawner abbauen. Weil die spinnen. Ja, die nerven. Und die machen gerade am meisten meine Rüstung kaputt. Aleta. Der Schaden ist echt hoch jetzt. Oh, lass mich doch abbauen. Dreckskelett. Drecksspinne. Och, hier kommt ja noch eins. Bei Rüstung ist eigentlich alles okay. So. Einer Spawner abgebaut. Wir können gleich das leckere Loot holen. Ich hoffe auf dieser Etage. Es sollte ein bisschen besser sein. Weil das ist jetzt eine tiefe Etage. Ja. So. Oh. Multi-Spider. Verzaubert. Oh, die spawnt. Cockwebs. Aber kein Problem für mich. Denn I am strong. So. Bauen wir das mal hier ab. Oh, hier liegt einiges an Müll. Aber den können wir ja gleich aufsammeln. Oh, da müssen wir ihn gar nicht aufsammeln. Warum sollte ich Müll aufsammeln? So. Mache ich absoluten Schaden. So, den Skelett-Spawner abbauen. Super. Jetzt haben wir auch schon 31 XP. Das hilft auf jeden Fall. Ha, was willst du? Komm her. Komm her. Oh, was machst du? Du erfällst mich. Du gehst hier runter. Nee, du kriegst gar nichts. Warte. Enderperlen. Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Tatsächlich. Die kann ich gerne öfters mal einsammeln automatisch. So. Wenn ich nebenbei die ganzen Viecher bekämpfe und hier tausend Sachen rumliege. Schuhe brauche ich nicht unbedingt. Nein. Aber Knochen will ich auf jeden Fall mitnehmen. Knochen sind gar nicht schlecht. Denn ich kann dann halt damit halt meine ganzen Pflanzen wachsen lassen. Und auch ganz viele Äpfel. Und die Äpfel kann ich dann gegen Smaragd eintauschen. So, vier Slots für Knochen. Oh, Mann. Und den Schwarzknochen will ich eigentlich auch mitnehmen. So. So machen wir das. Oh, Cobweb abgebaut. So. Hier ist noch ein Skelett. Nice. Haben wir erledigt. Ist hier noch irgendein Spawner? Ja, da ist noch ein Spawner. Und da essen auch nebenbei unsere Haustiere. Was? Man hört man so nebenbei dieses. Yum, 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 yum. So. Gut. Jetzt haben wir auch das jetzt eigentlich erledigt. Sollten nichts mehr an Spawner sein. Ich sehe jetzt auch keine mehr. Vielleicht sind aber welche in den Wänden. Mal schauen. Nein. Nee, auch nicht. Super. Da können wir auch direkt jetzt mal looten. Mal schauen, was in dieser einen Kiste ist. XP-Flaschen. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Einfach so weiteres Buch. Nimble 2. Each level adds a bit to your movement speed. Das gibt mir Geschwindigkeit. Das kann ich gebrauchen. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Eine Schriftrolle. Die erlernen wir mal kurz. Wenn man sie einsetzt, erlernst man sie ja. Dart. Ich habe den Zauber Dart kennengelernt. Cool. Das ist nicht schlecht. Ich kann einen Fall beschwören. Keine Ahnung, ob der jetzt stark ist oder nicht. Stärke Purschen brauche ich nicht. Jampoos. Alles nicht. Das ist die Verzauberung. 3 XP-Flaschen. Super. Ich mache direkt Doppel-XP. Ah, da sehe ich, da sehe ich, was gut ist. Das Gold können wir mitnehmen. Magic Missile ist schon erlernt. Tom of Arcane. Oh, das ist gut. Tom of Arcane. Genau das meinte ich. Wir können damit unseren Zauberstab aufleveln. Und damit auch jetzt die Apprentage-Zauber erlernen. Das mache ich dann einfach mal auf Novize-Wand. Ich habe ja diesen Novize-Wand. Und das mache ich dann da drauf. Und damit kann da geupgradet werden. Mega gut. Warte, dann nehmen wir unseren Backpack und lagern all unsere Sachen hier rein. So, da tun wir erstmal... Das schmeiße ich weg, die Lederhose. Aber die ganzen Verzauberungsbücher, die kann ich da alle tun. Die sind gar nicht schlecht. Das brauche ich nicht. Spinnnage brauche ich auch nicht so. Der nächste Truhe. Basic Case. Ja. Und Common Chart. Das ist richtig gut. Warte, die Bücher auch? Oh, mega geil. Da kann ich bald ein paar Pack-Openings machen. Und Leute, ich hatte eine Überraschung für euch. Die Goldmünzen haben sich wieder geresettet. Das heißt, als ich gold... Ich musste einfach nur eine Quest annehmen. Und da hat sich das wieder resettet. Das heißt, ich habe mir jetzt zwei Epic-Mega-Loot-Cases geholt. Und um mir bald noch ein drittes. Da können wir bald ein Pack-Openings machen. Und vielleicht kriegen wir dann eine Waffe, die einfach viel, viel stärker ist als unser Emerald-Schwert gerade. Magic Miss haben wir schon erlernt. Manuskript. Eis und Feier nehme ich einfach mal mit. Knochen können wir auch gebrauchen. Super. Jetzt nehmen wir unseren Backpack wieder und tun das mal da rein. Knochen, nee, die Knochen behalte ich. Manuskript aber. Lumberjack Backpack kann ich wegschmeißen. So. Was ist in den nächsten Truhen? Potions. Und hier? Oh! Wand of Frost! Och, dich nehme ich mit. Ja, es gibt es ja für verschiedene Zauber. Es gibt es ja ganz viele verschiedene Elemente. Oh, und die Qualität ist Enhancing. Warte, jetzt gibt es auch eine Qualitätsstufe? Das heißt, ich könnte meinen Magic Wand of Legendary machen. Oh, das wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Was ist hier noch so? Und sonst nichts. Aber das ist gar nicht schlecht. Wand of Frost. So. Letzten zwei Truhen. Was ist hier? Ein neuer Zauber. Super. Corrupted Chorus Fruit? Die nehme ich mal mit. Quest Completed? It's corrupt because it's cheating. Oh, es schummelt. Aber ich habe ja irgendwas erlernt. Ah, hier. Years of Studies. Nice, weil ich das Buch hier gefunden habe. Super. 5 XP. Das ist nice. Und hier ist auch noch eine Quest. Hier, die Corrupted Chorus Fruit. 25 Gold. Und jetzt haben wir auch noch genug Gold, um uns noch einen Epic Mega Loot Case zu holen. Und jetzt haben wir auch noch mal hier noch mal einen Basic Case gefunden. Da können wir bald uns so ein richtig nices Pack Opening machen. Leute, das wird mega cool. Darauf brauche ich mich schon. Da gibt es eigentlich mal gute Rüstung. Gut. Da hätten wir den Bereich jetzt auch fertig. Da können wir auch hier einen Zug bauen. Ah, jetzt weiß ich, was ich mir hätte holen müssen. Blöcke. Aber ich habe ja hier ein paar Planks. Die kann ich so platzieren. Oh, hi, Zombie. Na? Kannst du die mal verziehen? Danke. Und ich glaube, dieses Verzauberung... Ich habe ja eine Verzauberung gehabt, die ich auf dem Schwert machen wollte. Aber ich hatte ja nicht genug XP. Habt ihr ja gesehen. Und wie macht ja das geschützte Gegner mehr Schaden bekommen? Ich hoffe, das geht für den Schild. Dann könnte ich auch die ganzen Zombies mit dem Schild hier... Oh, was habe ich wieder... Was haben wir hier denn hier gefunden? Eine Diamant-Axt. Okay. Und ganz viele Fackeln. Fackeln nehme ich mit. Fackeln sind gar nicht schlecht. Weil ich brauche ja nicht diese Ender Orb Transcender. Translocator meine ich. Brauche ich ja gar nicht. Da kann ich auch jetzt hier die ganzen Fackeln nehmen. Ah, da habe ich auch einen extra Slot. Und diese Spitzhacke brauche ich auch gerade nicht. Und das kann ich wegschmeißen. Machst du eigentlich hier. Okay, weiter. Oh, den Schleimball möchte ich mitnehmen. Werden auf jeden Fall... Das wird eine riesige Dungeon-Tour, Leute. Darauf freue ich mich. Hier, noch eine Sache. Könnt ihr mir bitte in die Kommentare schreiben? Das würde mich freuen, wenn ihr mir dann schreibt, was ich nach dieser Dungeon-Tour machen kann. Vielleicht habt ihr irgendeinen Wunsch, was ich in der Folge unternehmen soll. So, gut. Wird das auch abgeklärt. Und dann kann ich hier auch komplett zubauen. Hier ist noch ein bisschen Imperium. Ne, das baue ich nicht. So wenig Imperium, dass da lohnt sich der Inmetallplatz nicht, wenn ich damit verschwende. Gut, dann können wir auch hier direkt zubauen. Dann wäre der Bereich auch fertig. Dann müsste auch gleich hier... Ich glaube, hier ist dann auch gleich die nächste Treppe zur unteren Etage. Dann können wir das hier abbauen. Etwas ausleuchten. Oh ja, hier geht es auf jeden Fall in verschiedene Richtungen. Warte, erst mal, was in der Truhe ist. Fackeln. Fackeln kann ich immer gebrauchen. Und die nehmen wir mit. Gut, ansonsten hier ist noch keine... Nein, hier ist keine Truhe. Dann gehen wir mal erst mal nach links hier. Und schauen, was es noch so gibt. Oh, hi. Na? Die. Aha. Und ich nehme mal den Spawner mit. Geil. X-XP. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl bei diesem Raum. Es sieht dann raus, als wäre etwas Geiles drin in der Truhe. Ich hoffe auch. Das ist ein coming Mega-Loot-Case. Das nehme ich mit. Und Magic Mist, okay. Enchanted School of Revival. Du castest Spell. Ich finde es irgendwie... Ich versuche es. Ganz ehrlich, ich versuche es mal. Mal schauen, was es mir bringt. Hallo? Macht irgendwie gar nichts. Okay, kann ich wegschmeißen. So, Zombie. Oh, ja. Ich merke den extra Schaden. Ich merke den extra Schaden auf jeden Fall. Wenn das Ziel verbrennt durch dieses Ifrids Blessing. Das ist echt gut. Gut. Dann packen wir das mal hier rein. Das Buch. Die Chorus-Frucht erstmal auch. Ja. Ansonsten können wir das hier und das hier und das hier und das hier wegschmeißen. Gut. Hier ist ansonsten nichts. Da war ja nur dieses Magic Missile. Da gehen wir mal weiter. Ich freue mich schon auf den Loot, der ganz unten ist. Leute, das wird mega geil. Oh, warte. Ich muss dieses Holz nehmen. Und hier wieder zubauen. Weil meine Orientierung... Warum musst du mich so erschrecken? Kleiner Baby-Zombie-Villager. Ey, ich triff dich nicht. Ich triff dich nicht. Alter. Was ist mit meinem Aim? Oh, okay. Weiter. Mit meinem Aim. Jetzt haben wir irgendwas falsch. Dezent. Das muss ich mal wirklich üben. Aber ich komme halt so selten dazu, Minecraft zu spielen. Was ist hier denn? Hier ist noch ein weiterer Raum. Aber ich hatte so das Gefühl, dass es hier gar nicht lang muss, sondern woanders. Dann machen wir einfach hier zubauen und dann... Gehen wir mal weiter. Ja, was willst du haben? Ja, gar nichts. Oh, hi. Na? Okay. Super. Dann wird jetzt noch irgendwie getötet. Bauen wir mal den Spawner hier ab. Super. Jetzt haben wir auch schon 41 XP. Ich glaube, wir können auch wieder richtig viel verzaubern. Wenn wir zurück sind. Hier ist Müll. Okay, weiter mal. Vielleicht ist hier was in dem Raum. Oh, das sieht auf jeden Fall nach einem Raum aus. Wo bestimmt was Gutes ist in dieser Eindruhe. Das sieht aus wie eine Falle. Ich hoffe, es ist keine Falle. Oh, warte mal. Ist das nicht ein Feuerwerks-Raketenwerfer, den man aktivieren kann? Ja, warte mal. Ich glaube, ich muss irgendwie ein Redstone-Signal... Ah, ich kann das gerade auch nicht irgendwie austesten. Egal, egal. Nehmen wir einfach die ganzen Bücher mit und tauschen sie um. So, warte. Was ist das hier? Apprentice, Apprentice. Die kann ich ja jetzt erlernen. Super. Die Manuskripte nehme ich auch mal mit. Was ist das hier? Summoning Pendulum Holding Entities. Damit kann ich... Oh. Damit kann ich mehrere Viecher gefangen nehmen. Das nehme ich mal mit. Und ich habe auch jetzt eine Quest erledigt. Die nehmen wir auch mal eben schnell an. Ah, hier ist die Quest. 25 Menschen. Ist gar nicht schlecht. Und dann schmeißen wir das hier weg, das hier weg, das hier weg. Und tun alles wieder in den Backpack rein. Ah, also kann ich auch mitnehmen. Aber wenn hier schon solche interessanten Sachen sind, dann weiß ich nicht, was da... What? Ich kann das... Warte mal. Das will ich anziehen. Für Kosmetik-Sachen. Ah. Wie cool. Ey, komm, Leute. Das ist... Die behalte ich. Die ist wirklich... Die sieht wirklich witzig aus. Jetzt ist mal so eine Regenbogenbrille. Voll cool. Hier ist... Ich hatte das Gefühl, dass ich hier nicht lagen muss. Aber hier ist auf jeden Fall die Treppe. Mega gut. Gut, dann hätten wir auch den Bereich fertig. Perfekt. Dann weiß ich auch jetzt, dass gleich dort die Treppe ist. Können wir auch gleich nutzen. Aber jetzt habe ich natürlich die anderen Bereiche hier. Hier ist zugebaut. Aber ist das ein Geheimraum? Ich habe das Gefühl, das ist ein Geheimraum. Ich baue mich da einfach mal durch. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas Interessantes sein könnte. Aber ich habe auch gleich das Gefühl, dass es nicht hier sein sollte. Ah, ja. Was willst du? Gar nichts. Mhm. Ja. Macht absoluten Schaden. Aber traurigerweise, irgendwann werde ich den nicht mehr wirklich machen. Weil die Viecher werden immer stärker und stärker und immer tankiger. Das würde ich bald nichts mehr machen können. Das wird grausam. Aber auch ein bisschen spannend. Ich meine, das wäre sonst langweilig, würde ich sie irgendwie ständig one-shotten. Auf Dauer. Hier war einfach nur... Okay, das war wirklich einfach nur ein Gang, den man wirklich aufgraben musste. Naja. Dann können wir auf jeden Fall weiter. Und dann gleich hier zur Treppe dort. Die ist auch direkt hier. Wir haben auch den Bereich eigentlich schon fertig. Dann können wir auch gleich in die nächste Etage. Super. So, dann leuchten wir mal alles aus. Und bauen den Spawner mal wieder ab. Super. Dann gehen wir mal weiter. Gehen hier runter. Und da ist auch schon die nächste Etage. Oh, und es geht nur in eine Richtung. Das ist praktisch. Es könnte auch sein, dass dieser Bereich dann aber auch nochmal richtig enorm groß ist. Okay, das muss ich jetzt aufgraben. Okay. Oh, hier ist auch direkt die nächste Etage. Aber... Nein, ich werde nicht... Nein, ich will erst mal die vorherige Etage erkunden. Wenn wir den Dungeon schon machen, dann richtig. So, erst mal weiter hier. Das ist riesig. Oh, Spinspawner. Hi, Spinny. Tschüss, Spinny. Du machst einfach... Du machst mir gar nichts. Ich habe jetzt auch so viel extra jetzt. Ich habe dreieinhalb diese Folge bekommen. Nice. Ja, Vigor. Und dann nochmal dieses Hardcruise, die ich genommen habe. Und irgendwas anderes. Ich weiß aber gerade nicht was. Dann bauen wir den Spinspawner ab und schauen. Okay, jetzt nichts Interessantes. Dann weiter. Oh, hi. Na? So, ich mache euch fertig. Ist alles überschwemmt. Warte. Die Spawner müssten hier sein. Oh, warte mal. Das Wasser... Oh! A British Ice Mage Wand. Eine viel bessere Version des Ice-Dingens. Oh, nice. Ey, was wollt ihr, ha? Ich habe keine Chance. Die kriegen keinen Feuerschaden. Weil das ganze Wasser... Ich muss es hier zubauen. Alter, was wollt ihr, ha? Perfekt. Feuerschaden erstmal hier ausleuchten, dass sie nicht mehr spawnen. Mich heilen. Oh, lau. Ich habe gerade das Wasser kurz zugeworfen in der Fackel. Alter. Okay. Hier spawnen zu viele Skelette. Erstmal beseitigen die Nerven mich ein bisschen. So. Nice. Das Wasser kommt denen gerade echt zugute. Ich muss hier wirklich mit zubauen. Ähm, ja. Das habe ich sehr gut hinbekommen. So. Das Wasser ist wie es immer noch. Erstmal zubauen, damit sie sich nicht ständig hier... Oh Gott, sind die viele. Erstmal muss ich sie töten. Heia. Heia. Let's go. Let's fucking go. Ich kriege auch schon verdammt viel XP. Warte, wie sieht denn meine Rüstung aus? Ah, die ist noch ganz gut. Die ist noch ganz gut. Ah, das geschickt. Ich kriege nicht allzu viel Rüstungsschaden durch die Pfeile. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die in Minecraft der Fall ist, dass man... Alter, das Wasser fließt doch immer weiter und weiter. Oh, und durch das Wasser ist es halt dunkel an dieser Stelle, deswegen... Leu. Habe ich gerade, als ich mich geheilt habe, irgendwie das Wasser entfernt? Das sah danach aus. Warte mal. Muss man das gleich testen. Warte mal eben hier schauen, ob hier irgendwas Gutes in der Truhe ist. Nein, hier ist nichts in der Truhe. Hier ist auch nichts Gutes. Okay, dann hätten wir den Bereich... Oh, ein Wizard-Skelett. Hi, na? Oh, nice. Warte, nämlich... Boah, habe ich Müll. So viel Müll. Weg damit. Warte, den Ice-Wand, den empünschten Ice-Wand. Junge, was willst du? Leu. Der ist ertrunken. Okay. Hä? Ein Hungereffekt. Du gehst mir Hungereffekte. Okay. Das Einzige, was ich nicht mit der Kuh halt annullieren kann, ist halt Hungereffekt. Stimmt. Und vielleicht auch Feuerschaden. Okay, ganz ehrlich, ihr nervt mich. Richtig. Gott. Machen wir uns einen Stack und bauen dieses verdammte Wasser zu. Zack. Boah. So. Das eine Wasserwehr weg. Da fließt immer noch was. Ganz ehrlich, ich verziehe mich hier einfach. Scheiß drauf. Ich spawn aber, euch nicht abzubauen. Hier ist... Okay, die Fakern kann ich nehmen. Und ich kann auch das hier wegschmeißen. Das baue ich nicht. Das baue ich nicht. Das baue ich nicht. Das baue ich nicht. So. Weg damit. Weg damit. Die Hau baue ich auch nicht. Boah. Ich bin so viel Müll. Oh. Hier ist schon wieder so ein Raum. Mann. Oh. Was geht bei dir? Hallo? Was machst du für eine Voodoo-Magie hier? Oh mein Gott. Oh. Rare-hungering-Spider. Okay. Macht die Spinni tot. Verdammt. Was bist du? What the fuck? Was warst du? Das war so ein Stachelturm-Fiech-Wurm. Was mich einfach in sich reingezogen hat. In sein Maul. What the fuck? Also ich war irgendwie festgeheddert an seinen Stacheln. What? Was bringt diese Spikes? Hoki. Kann man damit einfach... Oh leil. Bis Cereum. Damit kann man das Buch machen für diese Mod. Ganz ehrlich. Das nehme ich mit. Dann kann ich den Mod mal demnächst einfach so erkunden. Boah. Eiser. Ich krieg so viel Müll. Oh nein. Ich bin in den Lava gefallen. Aber kein Problem. Hier ist Wasser. Oh. Oh. Hier ist gutes Lut. Hier ist gutes Lut. Es fängt schon an, Leute. Dass hier gutes Lut kommt. Boah. Ganz ehrlich. Euch kann ich ignorieren. Das ist schon wieder. Aber durch die Animation um mich herum, wenn ich mich heile, kann ich durch Wasser sehen. Komplett. So. Dann existiert es nicht für mich. So. Dann nehmen wir das hier mal mit. Tun den scheiß Müll hier rein. Und nehmen wir das hier mit. Spellbook. Ender Sack. Kann ich auch gebrauchen. Magic Crystal ist gar nicht schlecht. Alter. Da ist noch was. Da ist irgendein Ender Haken. Da ist so eine Piratenklaue. Warte. Pirate Hook. Ja. Dann nehme ich einmal mit. Alter. Verpisst euch. So. Knochen. Gut. Ist da noch irgendwo eine andere Truhe? Ne. Das war es tatsächlich. Okay. Gut. Ist hier noch irgendwo ein Raum? Hier ist kein Raum. Hier geht es auch nicht weiter. Gut. Dann können wir direkt weiter. Perfekt. Aber jetzt langsam. Diamant. Alles dergleichen. Gar nicht schlecht. Dann tun wir das mal hier schnell rein. Und trauen wir auch den Piratenhook. Weiter. Mehr. Uh. Nice. Stärke 2. Ich glaube Regenerationsring kann ich auch jetzt mal aufsetzen. Da habe ich auch mal ein bisschen mehr Platz im Inventar. Und ich kriege so viel XP. Da macht es mir nicht aus, wenn ich ein bisschen weniger XP habe, weil ich die Ringe halt benutze. Hi na? Oh. Skat Spawner. Baue ich mal eben schnell ab. Was willst du? Ha? Wieder so ein fetter Zombie. Okay, gut. Dann wäre das jetzt ja auch geklärt. Hier ist nichts weiter. Lass mal weiter hier. Ist einfach nur ein großer Raum. Aber ansonsten gar nichts. Okay. Ist hier irgendwas drinnen? Nee, auch nicht. Vielleicht auf dem Dach? Nein. Hier ist nichts. Okay, dann lass mal weiter. Hätten wir den Bereich auch fertig. Super. Da kommen wir langsam aber sicher dem großen Endraum näher. Der ganz, ganz unten ist. Und der ist brutal. Wirklich. Der ist wirklich brutal. Ey. Na? Hi. Hi. Uh. Super. Werde auch tot. Ich muss mal eben schnell was essen. Gut. Ansonsten, ja. Da kann ich jetzt hier eigentlich alles zubauen. Hier geht es auch nach unten. Aber ich will noch weiter diesen Bereich hier erkunden, weil da war eigentlich kein schlechtes Schluss. Okay. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es auch nicht weiter. Hier ist auch zu. Oh. Na dann hätten wir das sogar jetzt. Ja. Hier geht es nirgendwo. Oh. Hier geht es weiter. Da hätte ich es beinahe übersehen. Gut. Mal schauen, was hier noch so ist. Ach. Butter. Ein Zombie, der... Oh. Der... Der... Warte. Der hat... Ich habe gerade Partikel auf dem Boden gesehen. Der ist wie ein Maulwurf. Der kann unter dem Boden kriechen. Ey. 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 Was wollt ihr? Boom. Boah. Dieser zweite Schlag, wenn die schon am Verbrennen sind, ist so brutal wegen dieser Verzauberung. Es war echt eine geile, geile Entscheidung, die Verzauberung drauf zu machen. Und danke, Ruffy, für den netten Kommentar. Also, ich hätte das nicht entdeckt, tatsächlich. Mit dem Blaze. Und das passt gerade echt perfekt. Oh. 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 Ich kann den Sound nicht nachmachen. Und was war das gerade für ein Geräusch, das ich da nachgemacht habe? Ah. Das ist kein Geistersound. Wie viele Geister sind hier? Ist hier irgendwie was versteckt? Nee. Okay. Weiter. Gut. Das wäre dann jetzt auch geregelt. Warte. War es doch schon? Nee. Das kann es nicht gewesen sein. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter. Auch machen wir mal. Ich sechs. Falls Plan dafür brauchen. Warte. Falsche Richtung. Orientierungssinn. Äh. Oh. 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 Nein. Oh. Nein. Oh. Nein. 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 Scheiße. Ich habe koppelt. Junge, was willst du? Ha? Du bist zu schnell für mich. Du bist zu schnell für mich. Wie zu schnell. Komm her. Alter. Komm her. Lass mich dich treffen. Alter. Fort. Äh. Ich meine natürlich lieber Enderman. Äh. Junge. Wo bist du? Da bist du. Alter. Wieso bist du so schnell? Ja. Komm schon. Opposite Day. Nein. Warte. Habe ich jetzt irgendwas eingesammelt? Ach. Weil ich ihn getötet habe. Hast du irgendwas gedroppt? Nee. Er ist gestorben durchs Feuer. Wo ist sein Loot? Ich war sein Loot. Aber nein. Hier war bestimmt eine richtig tolle Truhe. Ja gut. Jetzt habe ich diesen einen Bereich hier unter mir weggesprengt. Aber da werde ich gleich gehen. Ach. Verdammt. Schade auch. Da war bestimmt eine richtig geile Truhe. Weil normalerweise in diesem Creeper-Räumen ist hier richtig gutes Loot. Ansonsten geht es hier nirgendwo weiter. Okay. Gut. Hätten wir das jetzt auch fertig? Super. Und da können wir jetzt eigentlich sofort... Ja. Wir könnten jetzt einfach die Treppe runter. Perfekt. Mal schauen, was uns hier jetzt erwartet in der weiteren Etage. Jetzt sollte auch der Loot besser sein. Aber auch die Monster sollten etwas stärker werden. Ganz unten haben die komplette Diamantrüstung und alles. Und Verzauberung. Und sind einfach absolut stark. Vielleicht erwartet uns auch hier ein Boss. Wer weiß. Könnte alles lauern. Und es ist einfach der geilste Loot ever. Noch bald ein Golden Case. und kommen... Oh, wie geil. Kommen ein Mega Loot Case. Das ist so geil. Ey, wenn wir das hier durchhaben, können wir ultra viele von diesen Cases öffnen. Wir machen einfach eine Folge lang ein Pack-Opening. Leute. Schreibt mal in die Kommentare. Habt ihr doch... Nein. Äh, äh. Mein Trauma. Mein Trauma. Mein Trauma sagt mir, das ist keine... Was ist das für ein Viech? Was diese Geräusche macht. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was ist hier? Okay, hier ist Müll. Am Matschentrunen ist was richtig Geiles drin. Ich spüre es einfach. Äh. Okay. Okay. Die Lava sollte ich umgehen. Spawn abbauen. Ey. 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 Oh. Du bist vertraut. Oh. Du explodierst. Mann. Ah. Nein. 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 Da ist der Endraum für diesen Bereich jedenfalls. Für diese Etage. Und da hinten ist ein Blythe. Ach du Scheiße. Ich hasse Blythe. Die machen mich immer One-Shot. Ihr wisst ja noch. Den Zombie-Pigman. Ah. Oh Mann. Ey. Okay. Ich sehe voll witzig aus. Oh nein. Und dodgen. Das war so uncool. Jedenfalls Leute. Wir werden den Dungeon in der nächsten Folge weiter erkunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr das nicht getan habt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt vom Let's Play. Bitte abonniert mich doch. Das würde mich mega freuen. Und gebt dem Video doch eine Bewertung. Und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Also. Wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.